hallo meine lieben angelfreunde willkommen zu einem weiteren kleinen guide video von mir zu fischer online ja wir sind immer noch in der ukraine nach dem update und zwar habe ich jetzt endlich einen spot für den persischen stör gefunden ich bin auch noch am ausprobieren wegen weiteren spots wie dem normalen sterlet allerdings bin ich froh dass wir zumindest mal oder dass ich einen spot gefunden habe für den persischen stör und zwar gehen wir da jetzt mal genauer darauf ein das ist ja eine geschützte art und auch selten ich habe bisher zwei gefangen einmal mit muschelfleisch einmal mit köderfisch beifangen kann wiederum sein die rotlippige meeresche und der blaubarsch so jetzt kommen wir erst mal zum setup beziehungsweise zum futter kennt ihr vielleicht wenn ihr meine anderen videos verfolgt habt von dem keukarpfen beim inripa visi und zwar ist das hier das gleiche futter was heißt wir brauchen futter für stör und co dann grüne muschel fischmehl muschelfleisch und dann haben wir schon das futter so jetzt gehen wir mal genauer auf das setup ein ich habe da zwei unterschiedliche und zwar haben wir hier einmal das futter wie es vertreten oder wie ich es gesagt habe wichtig ist die stärkste grundroute die ihr nehmen könnt denn zum persischer stör kann über 40 kilo haben deswegen auch definitiven vorfach und ein dreier haken dazu muschelfleisch das wäre das erste setup das zweite setup ist das gleiche eigentlich noch mal nur mit einem köderfisch und beim dritten noch mal köderfisch wichtig ist jetzt zu sagen wo wir denn hinwerfen wir stehen hier bei 279 67 wir starten hier fahren mit dem boot hier hin und müssen das boot dann drehen dass wir hier in diesen ausgegrenzten bereich da quasi gucken können oder in abgesperrten bereich so rum das trifft vielleicht besser und zwar die störe die persischen större könnt ihr hier in dem bereich fangen in der tiefe hier was im endeffekt heißt ich könnte jetzt eigentlich auch das hier reinholen können sie einfach hier ein stück rechts von uns raus werfen weil da hatte ich auch mit der muschel im persischen stör was heißt zack einfach hier raus warten bis es abgesunken ist wie immer das ist wichtig 18 meter absetzen so und die anderen zwei einfach hier in diesem verbotenen bereich so schön aber schon direkt ein bis das könnte natürlich auch ein beifang sein wie ein blaubarsch oder eine rotliebige meerösche so das hat ja das war jetzt natürlich instant damit habe ich jetzt nicht gerechnet aber darf natürlich auch mal sein so gucken wir mal haben wir dann da einen dran weil das ist ja wieder ein fisch der wieder sehr selten ist sowie die barbe da bin ich froh dass ich hier den spot quasi gefunden habe eine rotliebige meerösche hätte ja sein können ja mit diesem beifang müssen wir halt rechnen fünf kilo gleiche stelle gleiche welle noch mal dahin so absinken lassen so wie gesagt mit der anderen habe ich hier in den begrenzten bereich geworfen ich zeige es euch mal und zwar so ist gar nicht weit raus wichtig wieder absinken lassen 18 meter absetzen und hier mit muschelfleisch ebenso allerdings habe ich mit muschelfleisch auch hier rechts schon in stör gefangen im persischen was im endeffekt heißt noch mal ab dafür absinken lassen 18 meter passt ja das wäre es eigentlich schon von meinem kleinen guide video ich sage es vorweg ihr müsst geduld mitbringen denn wie gesagt der persische stör ist selten genauso wie die barbe bei der barbe ist es eher garantiert dass man die nachts fängt allerdings will ich das eben einfach dazu sagen dass ihr eben bescheid wisst ja also in diesem sinne jetzt wisst ihr bescheid ich danke euch fürs einschalten und hoffe es hat euch gefallen ihr wisst was ihr zu tun habt und in diesem sinne sage ich danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal see ya